Hallo Leute! Ja bla 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 Oh jetzt explodiert das Schiff! Also Leute willkommen bei Let's Play Subnautica! Wunderbar! Gut dass wir den Radiationsuit schon letzte Folge bekommen haben. So und jetzt zurück. So mal gucken. 20H2O. Also jetzt wo wir schon die ersten Sachen haben wie Radiationsuit, Survival Knife und Flashlight haben, können wir so langsam angehen unser Base zu bauen. Dafür brauchen wir nämlich einen Builder. Computerchip und Batterie. Haben wir nicht hier irgendwo mal einen Computerchip gehabt? Ja, und Batterie. Das ist Mushrooms. Genau, wer braucht Mushrooms? Wo war eigentlich unsere Box? Ah, da ist es, unsere Box! Keins sein, dass wir da noch... Ne, wir haben keinen Kupfer. Shit. Ach schön. Da müssen wir erstmal noch wieder ein bisschen Kupfer zu bekommen, aber das sollte nicht so schwer sein. Und wir brauchen natürlich auch Creeps. Oioioioi. Ich schwimm mal lieber in diese Richtung, weil in Richtung... Wo bin ich gerade? In Richtung Aurora... Aurora spawnen da immer die fiesen Monster und darauf habe ich jetzt am Anfang des Spiels noch nicht so viel Lust. Ich kann mich erinnern, mich hier ganz viel Kupfer gefunden zu haben. Natürlich sind die Ressourcen immer recht random. Aber ich sehe schon, wir haben richtig getippt. Hier ist zumindest ein gewisser Anteil an Kupfer vorhanden. Ja, haben wir eingezackt. So ein Schiff, Fischl... Bläh! Schiffwürsatz. Die ganze Zeit so... Ich will nicht mal schnell anfangen. Können später als Mittagessen gebrauchen. Oh, wir müssen auftauchen. In welche Richtung? Ja. Die ist kürzer. Die kriegen wir leider nicht zu schnappen, aber wir brauchen erstmal Luft. Oh mein Gott, die Framedrops ey. Die sind manchmal echt krass. So, ein paar Maschwungs. Ich glaube wir brauchen jeweils drei für jede Batterie. Wie viel haben wir jetzt? Ja, fehlt noch einer. Und jetzt nochmal die restlichen Abgrasen. Oh Gott. Framedrops in diesem Bereich ist irgendwie extrem gerade. Das Gute ist, in diesem kleinen Korallentunnel ist es so, dass man, wenn man einige Zeit wartet, also so vier, fünf Stunden wartet, dann gibt es hier wieder neue Ressourcen. Und es ist so, als würden die einfach nachbauten oder so. Die Dinger sind echt schnell. Ich krieg die nicht zu fast gerade. Hab ich die eigentlich. Oh Gott. Ne, ich muss aus diesem Bereich raus. Die Framedrops sind hier echt sehr, sehr extrem. Und wir brauchen noch Creeps. Ich denk mal, ich geh erstmal Batterie bauen. Und ich glaube, ich brauche auch ein paar neue Boxes. Aber ich denk... Moment. Wenn wir jetzt aber den Base bauen, dann brauchen wir die Boxes gar nicht. Das ist auch gut. Ja. Ein bisschen Bleach für späteren Medipacks. Und jetzt Batterien. Brauchen wir eigentlich zwei oder drei? Computerchip brauchen wir hier. Den können wir natürlich sofort holen. Ich will hier raus. Okay. So. Wir haben jetzt den Bilder. Dann können wir schon mal anfangen. Den Foundation, also... Ach Gott. Ich sprech... Ich sprech im Privaten so viel Englisch, ey. Da fallen mir echt gewisse Wörter auf Deutsch einfach nicht mehr ein. Das ist irgendwie ein bisschen peinlich. Aber ja. Kann man nix machen. So. Jetzt weisen wir das mal neu zu. Liegen hier hin. Das Fisch kann man so... Einfach mal lassen. Das braucht nämlich keinen Schnellzugriff für Fische. Rotten. Oh. Okay, ja. Ich brauche Quarz auf jeden Fall. Quarz, um mal ein bisschen Glas herzustellen. Damit wir die... Luke zum Base bauen können. Ich weiß nicht mehr, ob man dafür ein Glas braucht oder zwei, aber zwei sind wir auf der richtigen Seite. Sicheren Seite. Und... Ich denke mal... Ich baue mein Base irgendwo hinter diesen Korallengriff. Und dafür sammeln wir noch ein bisschen mehr Quarz ein. Wenn wir schon auf dem Weg dorthin sind. Es wird ne Zeit kommen, wo uns Quarz quasi nur noch ausgeht. Aber noch ist die Zeit nicht gekommen. Also dass wir nicht mehr so hier nah an der Oberfläche die Ressourcen finden, sondern recht tief hier um uns hängen fahren müssen. Aber wie gesagt, noch ist die Zeit nicht dafür gekommen. Gehen wir die... Autsch! Na gut, wir können mal ein paar Creeps einsammeln. Fällt mir gerade so ein. So, 4 Stück reichen erstmal. Ventry Fall... Ja, das ist... Ah Moment, das was... Scheiße, wir können ja gar keinen aufnehmen, scheiße. Na gut, dann bauen wir erstmal den Base. Ich weiß nicht... Irgendwo war ich hier glaube ich in der Höhe. So Graslandschaft hin. Und ich wollte dort auch in Freedom, also da wo man nicht um das überleben kämpft. Gibt es dort eine Höhle. Und da gibt es einige Plateaus, ich glaube ich sehe es schon. Und da kann man seine Base tauchen. So. 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 Ich muss mich ein bisschen weiter entfernen. Ich bin hier immer noch nicht los. Was ist denn hier los? Ah, da ist unser Plateau. Hm, das war ihm... Also diesen Felsformationen mit dem Creep war es in Freedom vorhanden gewesen. Na gut, dann müssen wir etwas weiter links bauen. Dann müssen wir eben etwas weiter links bauen. Okay, ich denke mal, wir nehmen einfach diesen Plateau hier. Autsch! Ach, ihr kleine Mistviecher! Ich will doch einfach nochmal irgendwo bauen! Lass mich in Ruhe! Oh Gott! Oh, ich glaube wir sterben gleich. Scheiße! Oh Gott, die sind immer noch hinter mir hier. Was ist denn hier los? Bin ich denn zu... ...zum anknabbern oder was? Ey, das sind richtige kleine Stalker. Scheiße, ich bin die immer noch nicht los. Scheiße, ich bin die immer noch nicht los. Ja, ich glaube, ich muss von hier verschwinden. Geht leider nicht. Die gehen einfach nicht von mir ab. Ich könnte natürlich auch irgendwo hier an meinen Base bauen. Das wäre auch okay. Okay. Ja, ich glaube, wir bauen hier mal einer. Wir haben gerade einen leichten Freeze. Ich hoffe, das Spiel... Ja, das Spiel... Oh Gott sei Dank, das Spiel ist nicht abgestürzt. Ja, ich glaube, wir bauen hier einfach unsere ersten Foundation hier drauf. Allzu tief müssen wir ja schließlich auch nicht gehen. Müssen wir zumindest nicht unbedingt gehen. So. So. Nehmen wir die Identität-Corridor. Und noch eine nächste Foundation gleich hinterher. Schnell das hier dran watschen und rein. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Und wir brauchen natürlich auch noch Solarzellen, um Energie für unsere Station zu kriegen. Ich glaube, ich speichere lieber mal, bevor ich gleich sterbe und wieder angekratten werde. Ich denke mal, ich batsche hier erstmal eine längere Corridor dran. Und baue direkt hier einen Raum für, wofür wir leider nicht genug Titanium haben. Ach schön. Eigentlich müssen wir ja eh nochmal zurück. Wo war eigentlich... Ah ja, diese Green Forest ist irgendwo da drüben. Und dort hinten auch. Ja, ich glaube, ich stelle hier mal so einen Biegen auf. Ach ne, Moment. Wir brauchen die erst für unsere Base. Ja, stimmt. Sonst finden wir nicht mehr zurück. Das wäre echt schade. Okay, dann... Setzen wir mal hier den Biegen auf. Ich sage immer Baken. Oh, Baken. Äh, Biegen. Gott. Ich denke echt nur ans Essen. Eigentlich hatte ich gerade Mittagessen, aber irgendwie muss ich trotzdem ans Essen denken. So. Ah nein. So. HQ. Ganz einfach. Kurz und bündig. Ja. So, also... Unser Zeit läuft einfach schmied. Lichtgeschwindigkeit davon. Also ich denke mal, wir... gehen erstmal zurück zu unserem... Oh shit, ich habe schon wieder vergessen diesen... Creeps zu holen. Ach Gott, ich bin echt so vergesslich. Ja, holen wir erstmal die Creeps, dann gehen wir zum Live-Port und basteln uns Medi-Packs und dann beende ich die Folge. Gott ey, ganz ehrlich, ich kriege wahrscheinlich noch Alzheimer oder sowas. Keine Ahnung. So vergesslich bin ich einfach. Unglaublich. Dabei bin ich gerade erst 26 und bin schon so vergesslich. Oh Gott, oh Gott. So. So. Eins, zwei, drei, vier Stück brauchen wir. Also können später, wenn wir, sagen wir mal, besser ausgerüstet sind, können wir auch in das Schiff rein. Und dieses austretende Radioaktivität stoppen. Haben wir eigentlich Korallen eingesammelt? Nein, wir haben keinen Korallen eingesammelt. Zwei reichen schonmal. Oh, wir brauchen gar keine Korallen für das Erste. Naja, gut. Korallen kann man immer gebrauchen, besonders wenn man ständig von irgendwelchen Viecher angegriffen wird. Ah, ist das so schön hier. Hier ist wieder auch so ein Green Forest. Werde ich mal später hier Yuguo einbieten aufstellen. Also die kleinen Pieper, die erinnern mich total an Lachs. Oh ja. Die können manchmal auch so übers Wasser springen und dann wieder eintauchen. So, noch schnell essen. Wir sind bereits über der Zeit. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.